heute hatte ich ein ziemlich cooles projekt prozess eine anfrage von einem kunden laufen die will ich euch mal zeigen die fand ich erwähnenswert die idee ich mache das ganze mal hier in draw.io zeige ich kurz worum es da geht muss ich natürlich umschalten vergesse ich immer gerne create new diagram ja create existing create ja 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 in new folder passt 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 alles gut so die idee ist wir kriegen eine xml-datei über irgendeine quelle egal ftp-server e-mail spielt keiner rolex und wir kriegen eine csv-datei über eine andere quelle die das könnte eine rechnung zum beispiel sein wir haben ein erp-system das erstellt diese diese xml-datei schickt die an den lobster wir haben ein erp-system das macht über eine ein document management software ein stream surf oder irgendwas erstellt es die pdf-datei die dann auch irgendwie irgendwann in den lobster kommt da in der mitte ist unser data und der möchte jetzt beide dateien empfangen und die müssen dann irgendwie gemerged werden woher weiß ich jetzt aber wann kann ich mergen zu einem zugpferd zum beispiel machen wir es mal ein bisschen einfacher wir machen das hier nicht mit irgendwelchen mergeritis wir wollen das einfach wegschreiben in ein bestimmtes verzeichnis irgendwo ablegen aber beide die müssen gleichzeitig hochgeladen werden weil da ein folgeprozess ist keine ahnung der darauf aufpasst so die idee ist also die kommen beide hier rein in unterschiedliche prozesse in unterschiedliche profile die eine heißt punkt xml die andere ist punkt pdf der der prefix ist immer die rechnungsnummer und das ziel ist dass die erst wenn beide da sind in einen ordner zack hier in den ordner abgelegt werden ja wie machen wir das am geschicktesten aber so ein bisschen rumgespielt und wir kamen zu einer lösung die hat mir wie gesagt ganz gut gefallen und zwar sieht das so aus dass wir unser xml haben unser pdf haben einfügen da sind sie packte hier mal untereinander prozess 1 empfängt diese pdf datei ich nenne das ding mal profil 1 oder hier ist die xml datei wir wissen eben nicht welche zuerst kommt mal kommt die xml datei zuerst mal die andere also da können wir uns leider nicht festlegen und das ist auch profil 1 ich will das versuchen mit dem gleichen profil abzubilden dass ich da ein bisschen profile sparen kann das profil soll die datei erst mal in so einen temporären ordner legen wir machen hier irgendwo einen temp ordner temp und da soll das ding abgelegt werden einmal von hier einmal von da so das heißt wenn die empfangen ist wird sie abgelegt wenn die empfangen ist wird sie da abgelegt jetzt brauchen wir noch einen dritten prozess das muss irgendwie so ein scheduled profile sein was feststellt guck mal beide dateien sind da ich möchte jetzt anfangen zu arbeiten das ist hier mein profil nummer zwei profil 2 das stellt fest ja datei ist da ich lade sie jetzt auf beide dateien auf diesen zielhost auf das zielverzeichnis also fertig zielverzeichnis da soll die hingeschickt werden so und wie machen wir das jetzt dass das irgendwie synchron läuft und da kam die idee auf lass doch von hier dieses profil aufrufen machen wir ganz eben ein bisschen schick einmal da und einmal da alter was hat das denn so also der ruft nachdem der die datei abgespeichert hat also antwortweg 1 ist dieser kollege hier ich mache da mal eine 1 rein und das soll mein antwortweg 2 sein er ruft auf jeden fall mal dieses zweite profil auf und der übergibt den dateinamen den wir verarbeiten wollen heißt wenn die xml-datei gekommen ist hier im profil 1 wurde die xml-datei weggespeichert wissen wir ja dass die xml-datei bereits da ist können wir jetzt also hier sagen lieber kollege verarbeite mal die pdf-datei wenn sie noch nicht da ist dann bricht dieses profil ab hört einfach auf und sagt feierabend ich mache nichts mehr so und das gleiche machen wir hier auch wenn die pdf-datei reinkommt speichern wir sie in das verzeichnis und rufen nachgelagert dieses profil auf kommen aber hier die abkürzung heute ne naja ich will es schön haben also das und da geht den gleichen weg außenrum sehen wir dass die zusammengehören ist also genau der gleiche weg antwortweg 1 ist wegschreiben der datei antwortweg 2 ist profil aufrufen hier diesen kollegen und dieses profil prüft jetzt ob ich die andere datei habe und verschiebt sie jetzt kommt der spannende teil nachdem er sie verschoben hat ruft er sich wieder mit dem original dateinamen auf und kann so auch die zweite datei verschieben also nochmal als beispiel xml-datei wird empfangen wir speichern die ab und rufen dieses folgeprofil auf und sagen ey guck mal ob du die pdf-datei hast wenn er die pdf-datei hat schreibt er sie weg und ruft dann sich selbst wieder auf mit xml schreibt die xml-datei weg wenn als erstes die pdf-datei kommt ne schreibt er die hier rein ruft sich auf sagt ne guck mal die xml-datei ob du die finden kannst wenn sie nicht da ist macht dann nichts klingt ein bisschen will aber wir versuchen das mal eben umzusetzen ich habe vorbereitet zwei dateien und zwar können wir uns das hier angucken eine 4711 pdf eine 4711 xml die möchte ich gleich benutzen und hochladen und die müssen dann hier in so einem temp verzeichnis liegen temp da sollen die zwischen gelagert werden und wenn sie alle fertig sind wenn beide empfangen wurden und im temp verzeichnis liegen dann möchte ich dass sie nach ausgabe geschoben werden das soll mal das sein was wir gleich bauen versuchen wir es am besten hier einloggen neues profil kundenanfrage ja file synchronisation zum beispiel ich brauche ein datenrouting denkt dran ich will die dateien die den inhalt der dateien nicht anpacken ich nenne das ding hier immer gerne dhl modus da können sich die kunden dann am schönsten merken dhl deswegen ihr steht bei der tür dhl man klingelt gibt euch so ein gelbes päckchen in die hand und ihr könnt alles mit dem päckchen machen schütteln dran riechen lecken die die farbe angucken ihr könnt nur nicht reingucken ihr dürft alles mit dem päckchen machen im datenrouting nur nicht reingucken und genau das haben wir hier vorliegen wir kriegen jetzt irgendwie eine xml datei mich interessiert gar nicht was da drin ist alles was ich brauche sehe ich von außen name größe rechnungsnummer und so ein schmur alles ich gehe hier rein möchte jetzt einen neuen knoten haben den nenne ich innet ich will mal als erstes herausfinden ist es eine idoc datei oder ist es eine xml datei also neues feld get file name suffix das machen wir hier über so eine substring from right oder so war das substring after gibt mir alles vom file name von war file name was nach einem punkt kommt ist nicht hundertprozentig korrekt ich weiß es gibt bessere methoden für heute soll es mal reichen es geht mir nur darum den suffix zu ermitteln das heißt den haben wir jetzt hier drin stehen und dann baue ich mir hier mal zwei knallen zwei knoten rein wenn pdf wenn xml jeweils möchte ich das dann handeln weiß da kommt eine funktion drauf equals wenn dieses suffix gleich pdf ist oder wenn dieses suffix gleich xml ist dann soll er jeweils hier reingehen und dann müssen wir so ein zwei sachen machen nämlich ich brauche eine variable ich muss mir den neuen ziel dateinamen abspeichern das ist mal war my check file name so wenn er leer ist spielt sowieso keine rolle so und das heißt ich brauche hier ein neues feld drin kreate pdf check file name wir sind im pdf block also soll das ding das machen concat ich nehme diesen da ich möchte gern war file name prefix .xml wenn wir eine pdf datei empfangen haben möchte ich prüfen ob die xml datei schon da ist und hier das gleiche create create xml check file name ich konkateniere hier auch meine variable bar file name prefix mit punkt pdf that's it das ganze müssen wir abspeichern save variable type save damit die in unserem folge profil gleich verfügbar ist und zwar dieses ergebnis copy function insert function macht hier das gleiche speicher das ergebnis von diesem concat ab laden wir das mal ich starte das profil und lad hier mal eine neue test datei hoch nicht nur eine sondern zwei ich habe hier eine pdf und eine xml datei das war falsch jetzt habe ich sie hier gelöscht so da sind sie wieder da möchte ich immer und darf nur eine hochladen natürlich pdf hochgeladen und die xml möchte ich auch noch hochladen so jetzt haben wir sie beide wenn ich das jetzt mal mit der xml starte soll der check file name äh klein großschreibung na gut machen wir hier mal noch ein upper rein ja windows sind die die egal ob die groß oder klein geschrieben sind unserem hier sind die nicht egal unserem java so sollte es funktionieren repeater laster mapping so xml ist es in uppercase und dann haben wir gesehen ja und wir haben diesen dateinamen jetzt geändert in sowieso pdf und diesen wollen wir prüfen ob er da ist gut in phase 6 schreiben wir jetzt einmal die datei weg file output nach in meine base directory hier slash das hier sind immer also backslash die wir eben ersetzen java hat den backslash als escape character definiert und hier möchte ich das ding jetzt mit dem original file name gerne hinschreiben allerdings in den temp ordner temp da soll er abgelegt werden was genau wollen wir ablegen das was wir empfangen haben as received antwortweg ist fertig der zweite antwortweg wird jetzt vom typen message sein dass wir dieses folgeprofil aufrufen machen wir aber gleich erst ich ähm speicher das mal anlage und dann lassen wir es mal laufen file synchronization restart ich lade mal ne ich habe hier meinen ordner ich möchte beide mal da reinladen erstmal die ups die pdf datei heißt hier im temp ordner sollte die angekommen sein habe ich jetzt wirklich die pdf datei hochgeladen oh Freunde ja das war nicht ganz richtig ich wollte nicht dass er die als xml ablegt da müssen wir nochmal ins profil rein da müssen wir nochmal ins profil rein false synchronize init create save var check file name und hier hinten benutzen wir ja var check file name das ist nicht richtig ich möchte gerne var file name verwenden das ist ja die die original datei die wir empfangen haben wollen wir da abspeichern also nochmal eben in den overview guckst du hier hier schmeiße ich sie wieder raus gehen wir hier in unser datei synchronize hier einmal neu starten einmal mit der pdf datei na und gucken ob sie angekommen ist temp jawohl dann packen wir noch die xml datei da rein und gucken ob sie angekommen ist jawohl wenn wir jetzt diesen folgeprozess triggern sollte er beide finden und das müsste klappen also schritt 1 abspeichern der datei funktioniert schon mal wahnsinn jetzt kommt das zweite profil create das ist das 0 2 check file da werden wir auch ein daten routing brauchen und zwar haben wir diesmal einen scheduled eingangsagenten file ich möchte jetzt nämlich in diesem directory hier in diesem temp directory gucken ob die datei da schon drin liegt nämlich die die übergeben wurde message call msg call var check file name muss nochmal gucken wie da richtig geschrieben wird damit wir da keinen copy paste fehler haben variable check file name einmal gekopiert und gepastet so wunderbar jetzt ist er da drin und nach dieser datei wenn es die xml war wird nach pdf geguckt wenn es pdf war wird nach xml geguckt schaut er jetzt in dem ordner wenn er sie findet löscht er sie raus und in phase 6 kann er die dann einfach wegschreiben in diesen zielordner ich möchte jetzt hier den original dateinamen den den wir gerade gelesen haben wegschreiben in den ordner ausgabe copy slash 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 und einen haben wir noch slash slash apply was wolltest du reinschreiben die datei die wir ausgelesen haben und jetzt kommt noch ein trick 17 wir rufen uns selber gleich auf das muss ich aber dazu muss das profil erstmal gespeichert werden sonst kann ich es nie wieder aufrufen ups da ist einer was am schimpfen müssen wir mal eben gucken was genau 0 2 check file der hat jetzt gesagt ach so hier ist nichts im baum ja gut create node init den hatte ich nur vorsichtshalber schon mal angelegt weil ich weiß dass ich da gleich noch was brauche und change file name werden wir da gleich brauchen aber dazu komme ich erst gleich können wir wieder aktivieren speichern und gutes wir könnten jetzt eigentlich schon mal hier dieses ding soweit erweitern weil wir haben ja den check file name schon gespeichert und ich mache jetzt hier eine neue response vom typ message rufe ein profil auf möchte ein vorhandenes profil triggern und zwar das was ich hier aussuche kundenanfrage check file das ding wird jetzt getriggert kann ruhig keine ahnung asynchron passieren ist mir egal synchron spielt keine rolle in unserem fall der speichert die datei ab die xml datei wenn es mit xml aufgerufen wurde der versucht die pdf datei zu kopieren schließen und jetzt lassen wir es mal laufen der hier ist auch gespeichert gut gehen wir nochmal da rein ich nehme mal die pdf und sage jetzt hier restart start gucken wir was passiert der ist gelaufen jetzt war die dummerweise schon drin okay jetzt wollen wir nochmal ganz klein bisschen aufräumen hier weil wir ja gerade eben schon einmal laufen lassen haben war die datei natürlich schon da so jetzt aber jetzt ist temp und so weiter leer und jetzt versuchen wir es nochmal ich schicke jetzt die pdf datei hoch restart mit der pdf datei er wird die xml datei nicht finden das ist wichtig pdf hat er verarbeitet und hier unten sagt er er wollte die message aufrufen profile name und so weiter hat also dieses 0 2 er profil getriggert das ist total in ordnung für den jetzt ob er da was finden konnte oder nicht in den general message sehen wir aber die meldung dass dieses check 0 2 nichts gefunden hat ist valide die datei ist ja nicht da die wurde noch nicht empfangen also hat das funktionieren er konnte die nicht finden profil legt sich wieder schlafen und jetzt müssten wir hier noch irgendwas einbauen auf der anderen Seite wir können es ja nochmal laufen ich habe es ja gerade mit der mit der pdf laufen lassen das heißt in unserem temp ordner ist jetzt die pdf datei drin wenn jetzt die xml datei nachkommt hier dieses profil restart nochmal mit der xml datei jetzt ist alles gut jetzt hat er die xml datei nach temp geschrieben hat die pdf gefunden und nach ausgabe geschickt in temp ist jetzt nur noch die xml die ausgabe hat er ja kopiert und in ausgabe liegt die pdf jetzt müssen wir also noch dafür sorgen dass auch die xml datei verschoben wird die die wir gerade eben geschrieben haben und da war meine idee rufen wir doch uns selbst nochmal auf wir machen hier eigentlich genau das gleiche was wir hier in diesem file synchronisation machen funktionen funktionen ganzen ordner kopieren check file das schmeiße ich mal raus delete basta so wir holen uns suffix uppercase und so weiter wenn pdf nenne es xml wenn xml nenne es pdf und ähm dann rufen wir jetzt uns selbst nochmal mit diesem namen auf das heißt wir brauchen hier eigentlich diese variable auch nochmal wir schreiben ja hier die variable ward check file name und die schreiben wir jetzt hier create new variable ward check file name hier wird sie gefüllt wieder mit dem jeweiligen gegenstück und hier hinten rufen wir jetzt nochmal per custom class ach quatsch nicht per custom class per message uns selbst auf ähm type is trigger welches profil wollen wir triggern das was ich hier gerne aussuchen möchte kundenanfrage 02 check file und ab dafür diesmal wird er diese datei finden äh löschen kopieren und sich nochmal selbst aufrufen wir haben jetzt hier quasi so eine endlos schleife gebaut aber so endlos ist die gar nicht weil beim dritten aufruf findet er ja die xml datei nicht mehr die ist ja schon weg oder die pdf je nachdem welche zuerst war abspeichern und das müsste eigentlich jetzt alles gewesen sein lass es uns einmal laufen lassen ich mach nochmal die ordner sauber die pdf in der ausgabe löschig in dem temp ordner löschig es ist also noch nix da und jetzt laden wir mal hier in overview ich lass diesen kollegen neu laufen ich mach hier auch mal den time frame ein bisschen cleaner damit wir das schöner sehen können wir haben 18 uhr 7 das heißt ich möchte nichts sehen was vor 18 uhr 7 gekommen ist eigentlich 18 uhr 6 ist noch besser so jetzt lassen wir das profil laufen ähm file synchronization restart wir schicken die pdf datei rein und was ist das erwartete ergebnis in temp sollte eine pdf liegen und sonst nix in ausgabe sollte noch nix liegen in temp liegt eine pdf in ausgabe sollte noch nix liegen und wir warten und warten und warten und das schöne ist hier ist kein profil was wartet was jetzt irgendwie das ganze ressourcen frisst und immer wieder pollt bist du schon da bist du schon bist du schon da ist es nicht irgendwann kommt unsere xml datei und jetzt ist das erwartete ergebnis in temp ist nichts mehr wunderbar und in ausgabe ist alles hat funktioniert ne und wenn wir uns das ganze mal hier in der overview angucken dann sehen wir file synchronization ist gelaufen hat intern dieses check ding aufgerufen das hat aber nix gefunden got no data dann kam die zweite datei der hat das checkdings aufgerufen der hat die datei gefunden die hier von dem ersten geschrieben wurde er hat sich selber nochmal aufgerufen hat kopiert und gemacht und getan hat sich wieder selber aufgerufen hier unten sehen wir es ne start to send response message ähm hier da start to send response number 2 hat aber nix gefunden ne checkdings bombs empty no data found und genau das steht dann hier drin in den general messages er hat nix gefunden legt sich schlafen und damit ist der prozess beendet ne zweimal gab es daten einmal nicht genau was der arzt uns verschrieben hat jo fand ich eine spaßige anfrage ist total schlüssig in sich jetzt ne es sind keine trigger da keine warte mal und das einzige was jetzt passieren könnte ist dass die zweite datei niemals kommt und die erste bis zum st nimmerleins tag da liegen bleibt so what schreibt euch da ein nagios script für schreibt euch ein kleine lobster ding was alle dateien älter als 30 minuten wegschmeißt irgendwie sowas könnte man sich da noch einfallen lassen aber ich fand es eine spaßige idee um da mal so out of the box zu denken was so alles möglich ist danke fürs zuschauen ciao ciao und geht t Bis zum nächsten Mal.